Dann kannst du wirklich lieben in der Fülle, auf Augenhöhe. Dann kannst du nach außen hin strahlen, du fühlst dich leichter. Es kostet dir weniger Energie aufzuwachen, weil du nicht mehr im Kampf bist gegen dich selbst. Kennst du den Grund, warum du wenig Selbstbewusstsein hast? Wenn ja, dann schau dir dieses Video, wenn nein, auch dann schau dir dieses Video. Denn der Grund für mangelndes Selbstbewusstsein liegt häufig viel, viel tiefer und ist häufig gar nicht so erkennbar, wie es dann oft scheint. Also es ist nicht dein Körper, der vielleicht nicht perfekt ist oder die Dinge, die du falsch gemacht hast, nach deiner Definition. Das sind häufig nicht die Gründe. Deswegen, schau dir dieses Video an und kurz zur Definition. Also jetzt habe ich dieses Video Selbstbewusstsein betitelt. Letztendlich geht es um die Selbstliebe, um das Selbstwertgefühl. Selbstbewusstsein ist ja mehr, wenn man sich selber bewusst wird über die Dinge, die in einem vorgehen. Aber gleichzeitig wird es in unserer Gesellschaft sehr oft gleichgesetzt mit Selbstliebe, Selbstwert. Deswegen habe ich es Selbstbewusstsein genannt. Genau, aber im Grunde, ich möchte dir in diesem Video nicht nur den Grund nennen, sondern ich möchte dir auch eine Lösung geben, wie du Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe entwickelst, sodass du wirklich hundertprozentig annehmen kannst und auch hundertprozentig dich einlassen kannst auf andere Menschen. Denn das Selbstwertgefühl oder das Selbstbewusstsein, das beeinflusst natürlich unser ganzes Leben. So wie wir uns sehen, strahlen wir es auch aus. Und das, was wir ausstrahlen, bekommen wir zurück von unseren Mitmenschen. Und der Grund, warum ich dir dieses Video aufgenommen habe, ist, weil viele Klienten aus meinem Kurs den Ex-Partner loslassen. Die Menschen, die gerade in einer Trennung stecken und wirklich da versuchen, jetzt rauszukommen. Die sagen immer wieder, ich habe den Wunsch, ich möchte mehr bei mir bleiben. Ich möchte mehr Selbstliebe empfinden, denn ich bin aktuell in einer Phase, wo ich mich sehr stark selbst kritisiere und mich selbst in Frage stelle. Bin ich so richtig, wie ich bin? Habe ich Schuld an der Trennung? Und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn ich dann die Menschen näher kennenlerne, dann kommen häufig Sätze, ich habe etwas Falsches gemacht. Ich sehe jetzt erst, dass ich mich vielleicht nicht richtig um meine Partnerin gekümmert habe. Oder ich hätte das anders machen sollen. Vielleicht habe ich das auch falsch gesagt. Ja, oder ich hatte auch eine Klientin, die sagte, ich habe keinen perfekten Körper und das ist nicht der Körper, den mein Partner haben oder mein Ex-Partner haben wollte. Ja, also wir suchen Gründe, die wahrscheinlich auch sehr plausibel klingen. Allerdings, wenn wir dann aber diesen offensichtlichen Grund gelöst haben, und das machen wir in dem Kurs, wie man das macht, das erzähle ich gleich. Aber wenn wir das Thema gelöst haben, wenn die Person sich akzeptieren kann mit ihren Fehlern, mit ihrem unperfekten Körper, dann stellt diese Person schnell fest, ich kann mich trotzdem noch nicht hundertprozentig akzeptieren. Und da kommen wir jetzt an den wirklichen Grund, warum wir kein Selbstbewusstsein haben, beziehungsweise keine Selbstliebe oder Selbstwertgefühl. Und zwar, um diese Themen aufzulösen. Ja, zum Beispiel die Selbstkritik oder die Schuldgefühle, die wir haben. Das können wir nur auflösen, indem wir fühlen. Ja, das können wir nicht auflösen, indem wir rational verstehen, oh, im Grunde, nein, ich habe nichts Falsches gemacht. Oder, nee, mein Körper ist eigentlich so richtig. Ja, das sagen die Marketing-Fuzzis auch. Ja, das reicht nicht aus, sondern wir müssen es wirklich fühlen. Das können wir nur, indem wir die Angst annehmen, die uns blockiert. Wenn wir uns zum Beispiel selbst kritisieren, weil wir etwas Falsches gemacht haben, dann müssen wir diese Angst, etwas Falsches gemacht haben, müssen wir fühlen. Wir müssen es annehmen. Das bedeutet, im Körper wahrnehmen, wo ist denn diese Angst? Ja, wie fühlt sie sich an? Sie drückt, sie zieht, sie drückt meinen Hals zu. Oder, ich kann nicht mehr atmen oder ich fühle mich klein oder ich habe das Gefühl, ich sterbe. Ja, das ist alles so, was ich höre, wenn Leute sagen, sie haben Angst, wenn sie diese Angst wirklich annehmen. Und das ist ein Prozess, der dauert manchmal mehrere Minuten. Und in diesem Prozess neigen wir zu sagen, ich will das nicht fühlen. Ich will meine Schuld nicht fühlen. Ich will meine Scham gegenüber meinen Körper nicht fühlen. Das ist alles schrecklich. Und diese Abwehr gegen die eigenen Emotionen, das ist der Grund, warum du kein Selbstwertgefühl hast, warum du keine Selbstliebe hast oder Selbstbewusstsein hast. Denn du lehnst ein Teil in dir ab, der ein Teil von dir ist. Und du bist, wenn du diese Themen hast, noch mit Emotionen, die hast du noch im Körper, die noch gefühlt werden möchten. Und solange du in der Abwehr bist, bist du gegenüber diesem Anteil, bist du in der Abwehr gegen dich selbst. Und wie kannst du dich selber annehmen und lieben, wenn du etwas in dir abwehrst? Und ich zeige die ganze Zeit auf die rechte Seite, ich weiß gar nicht wieso. Aber weil Angst ist häufig in den weicheren Organen, im Magen, in der Blase, da befindet sich häufig die Angst oder am Herzen. Und wir fühlen im Grunde in dem Kurs Ex-Partner loslassen, aber auch in den Hypnosen, da gehen wir gemeinsam durch diese Emotionen. Und das machen wir auf eine ganz spielerische Art und Weise. Zum Beispiel, wie gesagt, wir gucken dann, wo in deinem Körper sitzt das, welche Farben, welche Form hat das. Es gibt aber auch eine andere Methode, da arbeiten wir mit der Visualisierung. Jetzt kannst du sagen, oh nee, ich kann nicht visualisieren, ich sehe nichts, gar kein Problem, du kannst auch etwas erdenken. Und zwar stellen wir uns dann vor, welchen Charakter hätte denn deine Angst? Wie würde sie denn aussehen? Und dann sehen manche Menschen Monster vor sich oder irgendwelche Aliens oder irgendwelche Schatten, die einfach nicht einladend sind. Und auch da wieder, wir bauen direkt so eine Abwehr gegen diese Figur auf. Dabei ist diese Figur ein Teil von dir, ein Teil deines Schattens, ein Teil deiner Angst, das noch gesehen werden möchte. Und wenn die Leute lernen oder erfahren, hey, es ist im Grunde vom Vorteil, wenn ich mich annehme, wenn ich meinen Schatten annehme, meine Emotionen annehme, dann löst sich nicht nur die Angst, diese Schuldgefühle, diese Schamgefühle, sondern was passiert ist, diese Annahme sorgt dafür, dass man plötzlich so eine Liebe für sich empfindet, so ein Mitgefühl. Man baut quasi eine eigene innere Familie in sich auf, zwischen den einzelnen Anteilen. Vielleicht hast du auch schon mal von innerer Kindarbeit gehört. Ja, genau das ist es auch. Wir haben Verbindungen zu unseren inneren Kindern, zu unseren inneren Babys, zu unseren inneren Teenagern, aber eben auch zu unseren Ängsten, zu unserer Wut, zu unserer Scham, zu unserer Schuld. Und ich weiß, dass viele dieser Anteile in der Gesellschaft nicht gern gesehen werden. Beispiel Wut. Sehr viele Menschen leiden an so starker Wut, dass sie in der Fantasie Menschen umbringen könnten. Und sie schämen sich dafür, dass sie so viel Wut in sich tragen. Und hier auch, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber hier ist es so wichtig, dass wir diesen Anteil annehmen und lieben. Ich weiß, das klingt absurd, aber es geht, du kommst nicht darum, du musst diesen Teil anfangen zu lieben. Denn sonst wärst du ein Teil in dir ab und dann bist du immer in der eigenen Spaltung. Das bedeutet nicht, dass du zum Mörder wirst, weil du diese Fantasie hast, sondern es geht einfach darum, dass du diese Prägung, weil irgendwo kommt dir die Wut her und du hast irgendwann mal erlebt, Wut und du durftest sie nicht ausleben. Es hat sich aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. In dir ist da wirklich so ein aggressives Monster entstanden, in dir, ein Teil in dir. Und dieser Anteil hat seine Berechtigung, da zu sein. Nein, aber wenn wir ihn abwehren, sagen wir, nein, du hast zwar gelitten und du bist aus einem Grund entstanden, du Wut, aber ich will dich nicht. Ich wiederhole mich, du musst dich annehmen, egal mit was für Schatten, egal mit welchen Emotionen, dann gelangst du in die Selbstliebe, du wirst dir selbst bewusst, was ist in mir, was möchte akzeptiert werden, und ich sage dir, dann kannst du wirklich lieben in der Fülle, auf Augenhöhe. Dann kannst du nach außen hin strahlen, du fühlst dich leichter. Es kostet dir weniger Energie aufzuwachen, weil du nicht mehr im Kampf bist gegen dir selber. Wenn du die ganze Zeit im Kampf mit dir bist, ich will diese Wut nicht fühlen, ich will diese Angst nicht fühlen, ich schäme mich für mich. Das kostet Energie. Aber wenn du das annimmst, wenn du um Frieden bist oder Hingabe, dann schonst du deine Ressourcen und du wirst mehr Energie haben. Also es hat so viele Vorteile und die Annahme muss nicht schwer sein. Ich hatte dir zwei Beispiele genannt, der Visualisierung im Körper, die Visualisierung nach einer Suche der kreativen Persönlichkeit, die deine Angst oder deine Emotionen widerspiegelt und dann spiele damit. Das klingt jetzt vielleicht einfacher gesagt als getan. Das heißt, da lade ich dich ein, komm in meinen Kurs, den Ex-Partner loslassen, dann wirst du das lernen. Und auch wenn du jetzt sagst, ich habe aber gar kein Ex-Partner, ich bin in einer Beziehung, mit Ex-Partnern meine ich vor allem auch die Eltern. Denn wir haben alle eine Erfahrung gemacht mit unseren Eltern, die haben unsere Liebesbeziehung vorgelebt. Und das prägt noch bis heute, wenn du das Thema nicht aufgelöst hast, wenn du das Thema noch nicht durchgefühlt hast. Genau. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dieses Video hat dich inspiriert. Check mir doch gerne einen Kommentar oder ein Like, wenn das so ist. Und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt treten.